Hallo Freunde und da sind wir auch schon wieder zu einer weiteren düsteren Folge hier in Diablo 3. In der letzten Folge haben wir das erste Bruchstück, ja, wir haben das erste Bruchstück gefunden von dem, äh, ja, ich weiß gar nicht, wurde das überhaupt schon erwähnt? Wir haben auf jeden Fall ein Bruchstück gewonnen, ich will jetzt nicht weiter spoilern, wir haben ein Bruchstück gefunden von etwas, was irgendwann mal im Ganzen war, dann zerbrochen ist und jetzt müssen wir die nötigen Teile finden, um das wieder zusammenzusetzen. Ja, hab ich gut ausgedrückt, wa? Ja, hab ich gut ausgedrückt. Und, ja, wir begeben uns weiter auf die Suche, ich weiß nicht, wohin es uns jetzt verschlägt, wir sprechen einfach mal leer an. Achtung! Die Nephalem waren in uralten Zeiten Menschen mit fantastischen Mächten. Die Legenden erzählen, dass sie in der Nähe des Tempels eine schreckliche Schlacht schlugen und dass ihre Geister noch immer miteinander Krieg führen. Gut, ja, meine neue Weggefährtin, ja, also eine Bonus-Weggefährtin, jetzt, ähm, ja, begleitet uns einfach mal leer ein Stückchen. Und, ja, gucken wir einfach mal, ich weiß gar nicht mehr, ob die jetzt überhaupt mitkämpft, hab ich eigentlich auch noch nie drauf geachtet, wenn ich ehrlich bin. Die ist einfach mal nur mitgelufen und ich weiß ja nicht, ob die überhaupt kämpft, aber kann sein, ja, kann doch, ja, ja, doch, könnte sein, bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, ja. Hm, da haben wir den Schuft. Diebe werden meine Freundin töten, wenn wir nichts dagegen unternehmen. Helft mir, meine Fesseln zu lösen und seht selbst. Was wollen sie von eurer Freundin? Sie ist nur eine Bauerntochter, Sascha, mit der ich zufällig bekannt bin. Aber sie besitzt eine Reliquie, hinter der die Diebe herrscht. Langsam verliere ich die Geduld, Vibes Bild. Ich gab mein Wort zu schweigen. Lass das Mädchen frei. Die Reliquie gehört ihr. Ihr glaubt tatsächlich, was euch dieser Schuft erzählt? Na schön, ihr Narren. Wir werden euch beide töten. Sie werden uns nicht kriegen. Das ist ja keine große Herausforderung hier. Oh, guck mal, da kommt der Master schief. Da kommt der Master schief. Und da rennt er auch schon wieder. Was ist das für eine feige Socke hier? Das ist doch nicht das Ende. Der Rest der Diebesgilde wird euch finden. Ja, ein bisschen was Blau draus. Ich muss ein bisschen Jolt. Na ja, ist okay. Ist ja nie mit. Dafür, dass das ein Dieb war. Ein Strauchdieb. Hier ist die Reliquie, mein Liebster. Ich habe sie versteckt, wie du wolltest. Vater ist misstrauisch geworden. Aber das spielt keine Rolle, sobald wir erst einmal verheiratet sind. Bald ist es soweit, oder? Natürlich, mein Schatz. Schon bald werden wir uns gemeinsam niederlassen und ein ruhiges Leben führen. Die Felder bestellen und Belgier, äh, ich meine, Kinder großziehen. Aber erst muss ich diese Reliquie ihr verkaufen. Doch leider, leider muss ich dafür mit meinem Freund hier vorziehen. Ihr wollt euch dem Kreuzzug anschließen? Es ist ein steiniger Pfad. Ja, ja, schon klar. Der Pfad ist steinig und so. Wollen wir dann... Das ist ein ganz komischer Zeitgenosse. Moment mal, das Reliquie ist eine Fälschung. Bei den Göttern, ich hätte es wissen müssen. Nun ja, ihr seht so aus, als könnt ihr dir Hilfe gebrauchen. Und ich will bestimmt nicht hierbleiben. Darauf könnt ihr Gift nehmen. Bitte sagt mir, dass ihr nicht in Erwägung zieht, euch darauf einzulassen. So, jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit, den Schuft mitzunehmen. Ja, werden wir jetzt gleich die Optionen bekommen. Ich werde mich aber nicht dazu entschließen, mit dem Schuft hier zu kämpfen, weil der mir einfach zu nervig ist. Ich bleibe lieber bei unserem getreuen Freund, den Kormek, den Templer. Ja, weil ich schon in den Folgen gesagt habe, ist echt ein treuer Freund und ich kämpfe gerne mit dem. Und ja, der Schuft würde hier zu dem Kreuzritter nicht passen. Nee, die nehmen wir natürlich nicht mit. Der Begleiter kann da in Neutristram auf uns warten. Ja, weil wir werden ja noch weitere Begleiter irgendwann finden. Und ja, wie gesagt, ich bleibe trotzdem bei Kormek. Ihr müsst Alaric der Wächter sein. Onkel Deckard hat mir von eurer ewigen Wache über diesen verfluchten Ort erzählt. Ich dachte, es wäre nur eine Legende gewesen. Seid ihr Nefalen? Nein, es gibt seit einem Jahrtausend keine Nefalen mehr. Ha, also eine weitere Legende. Ihr wollt diesem Tempel betreten, was nur dem Nefalen gestattet ist. Wenn ihr die Schlüssel aus ihren Ruhestätten in der Nähe holen und sie zur Öffnung der Tore verwenden könnt, dann werden wir sehen, wer und was ihr wirklich seid. Oh, ist aber nett von dir. Ihr habt das ja nett von ihm, dass er uns hilft. Such zwei Gräber in diesen Wäldern. Die Ruhestätte des Kriegers und die Kryptor der Urarmen. In ihnen findet ihr die Schlüssel zu unserem heiligen Tempel. Dann holen wir mal, was ich machen lässt. Zwei Krypten müssen wir jetzt finden. Über diesen Wäldern hängt ein Mantel uralter Verderbnis. Bringt dein Blut. Sind das Alarix, Leute? Nein. Alles voller düsterige Stelten hier. Gebt euch das doch mal an, ne? Das Böse ist überall vertreten. Und das auch noch zahlreich. Zum Glück sind wir hier. Und können ein bisschen Gerechtigkeit walten lassen. Um das Ganze hier mal ein bisschen zu minimieren. Ja, auch diese Krypten sind, sind jedes Mal woanders verteilt. Also, für gewisse Dinge, da gibt es wirklich keinen festen Standort, wo du sagen kannst, jo, da muss ich so und so laufen, da muss ich so und so laufen. Das ist immer verschieden. Aber da oben sehe ich schon einen pingenden Punkt. Also, sind wir schon mal auf dem richtigen Weg hier. Ja, das drückt die man natürlich noch mit. Okay, gucken wir mal, was uns da... Oh, die nehmen wir natürlich noch mit hier. Die können wir draußen stehen lassen. Ach, da kommen die noch hinterher und fallen uns hier in den Rücken oder so. Ne, komm, die können wir da lassen. Oh, hier können wir hier, hier können wir mal so richtig, hier können wir uns mal so richtig austoben. So, wollen wir mal gucken hier, was wir aushalten. Ja, ist alles keine Gefahr hier, alles keine Gefahr. Oh, seht ihr, die ersten Teile haben wir schon mal gefunden. Ging ja recht fix. Oh, da haben wir noch eine Truhe, sehr gut. Oh, da ist was Tolles drin. Ich hoffe ja immer. Naja, gut, was blau ist. Auf jeden Fall besser als weiß oder grau. Hier haben wir wieder ein Hörspiel. Wir waren uns so sicher, dass wir die Fallen überwinden könnten, die die Urahnen für Grabräuber aufgestellt hatten. Aber die Leichen meiner Freunde zeugen davon, wie töricht unsere Arroganz war. Ich werde auch bald sterben. Unsere Gier war unser Untergang. Ja, die Menschheit ist einfach gierig. Oh, schon sind wir Level 15. Ey, das wuppt ja heute hier. Das wuppt ja richtig. Kommt mal hier echt gut voran. Machen wir eine neue Fertigkeit. Gerechtigkeit. Ja, schauen wir uns den gleich mal an. So, erstmal müssen wir hier das Schlachtfeld ein bisschen, weil die ganzen Gegner hier, die ganzen düsteren Gestalten hier erstmal minimieren. Ich denke mal, jetzt haben wir hier ein bisschen Ruhe, wa? So, zeig mal, hey, was haben wir denn? So, wir haben hier Gerechtigkeit. Ja, das hatten wir. Erzeugt. Erzeugt 5 Zorn pro erfolgreichem Angriff. Schleudert einen Hammer, der Gerechtigkeit auf eure Gegner hat. Der 245% Waffenschaden verursacht. Könnte man mal ausprobieren. Können wir ja mal nehmen. Dafür nehmen wir das bestrafen weg. Wir gucken einfach mal. Da muss man ja mal gezeigt haben. So, da gibt es so gewisse Sachen. Die probiert natürlich gerne aus. Aber dann gibt es natürlich Sachen, wo ich sage, na, nee, das musst du nicht unbedingt. Warte mal, jetzt sind wir wieder rausgegangen. Idiot, warte mal. So, noch Kabalerie. Das hat man ja eingestellt, ja. Wir lassen. Die Gerechtigkeit hatten wir da. Das haben wir, das haben wir. So, einfach mal ausprobieren. Mal gucken, wie das ist. Ja, da schlendern wir einfach bloß so ein... Also, gehen wir quasi so in so eine Range-Haltung, ja. Also, da können wir schön vom Weiten irgendwie... Aber ist natürlich für einen Kreuzritter, ich meine... Habt ihr gesehen? Also, mein Favorite ist das jetzt natürlich nicht. Also, ich würde das jetzt nicht dauerhaft benutzen, weil das einfach zu doof ist, ja. Ein Kreuzritter ist ein Nahkämpfer und da muss der Rannermann. So, da muss der Rannermann und muss den natürlich so zerschnetzeln und nicht mit dem Hammer schmeißen hier. Ich meine, wir sind hier nicht irgendwie in... In der Ahnung hier. Super Smash Brothers oder sowas, wo der mit irgendeinem Hammer schmeißt oder sowas. Ja, komm, jetzt wechseln wir mal wieder um, ja. Und gehen wieder zurück auf Bestrafen. Habe ich das einfach besser finden. Wenn wir einmal Arbeit suchen, werde ich eure Referenzen berücksichtigen. Ich folge bereits meiner Berufung, aber hab Dank. Ja, weil so ein Hammer schmeißen und das ist ja feige, das ist ja... Ne, ne, da muss der Rannermann, da muss der hier... Manu am Manu hier... Auge um Auge, Zahn um Zahn, etc. Hinterbräscher. Ja, da haben wir jetzt durch die Explosionen hier. Zeig mal. Zeig mal, da fressen wir schon huge Schaden. Dann denke ich mal, auf der Stufe schwer. Wenn wir jetzt erstmal eine Weile bleiben. Schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Klar, man könnte jetzt schön aus den Dings... Ja, also sollte man eigentlich auch. Also so wie ich spiele, würde ich wahrscheinlich niemanden freuen. Ja, also normalerweise... Man muss hier schon so ein bisschen Movement sein. Ja, also man muss hier schon viel laufen. Und aufpassen, dass man nicht in die dementsprechenden Grützen überhaupt drinne steht. So, ich nehme das ja einfach nur als Richtlinie dafür, damit ich gucken kann, wie viel ich überhaupt aushalten kann. Ja, und da ich von Hause aus eigentlich so ein Movement-Krüppel bin. Ja, und gerne mal in... Also in einer Pfütze ein paar Sekunden länger drinne stehen bleibe. Und auch gerne mal so ein, zwei Explosionen übersehe. Ja, das ist meine komische Spielart. Ich bin eher darauf aus, hier... Gut, Schaden ist jetzt nicht so, aber so Tank, ja. Also ich möchte immer gerne viel aushalten. Ja, also das, was ich hier vorspiele, das ist jetzt nicht die optimale Skillung. Das ist jetzt nicht die optimale Spielweise. Ja, aber ich mache das nun mal so, weil ich das so für richtig halte. Und viele haben und viele werden damit wahrscheinlich auch Probleme haben. Da werden vielleicht auch... Da werden wahrscheinlich auch... Hetz- und Hasskampagnen in den... Jetzt in den Kommentaren vielleicht... Oh, voll der Noob und falsche Skillung. Und so machst du doch kein Damage oder sonst irgendwie was. In dem Spiel gibt es keine richtige Skillung. Muss ich mal ganz ehrlich sagen, in diesem Spiel gibt es keine richtige und keine verkehrte Skillung. Jeder spielt das so, wie er das für richtig hält. Ja, und da hebt es ja richtige Mathematiker unter den Leuten so, die jeden... Jedet Prozent genau ausrechnen, was jetzt optimal wäre, um so und so viel Schaden zu fahren und... Oh mein Gott, ja. Das Spiel soll Spaß machen und ich will mal nicht hinsetzen und möchte jetzt rechnen, welche Prozentzahl jetzt zu welchem Erfolg führt. Ich möchte einfach zocken. Das ist der eigentliche Sinn dessen. Und darum seht es mir bitte nach. Wenn es jetzt... Wenn so wie ich spiele oder so wie die ganzen Sachen... Skille oder die Sachen, die ich trage oder so... Wenn es nicht mit eurem Glauben oder mit eurem Wissen oder mit eurer Erfahrung übereinstimmt, seid mir nicht böse, aber... Ihr macht das so und ich mach das so. Ja, ich denke mal so... Hab ich das friedlich ausgedrückt. Ja, weil aus meiner Sicht, das gibt nichts richtig und nichts falsch. Ja, doch, doch. Also es gibt was richtig, es gibt was falsch, muss ich dazu sagen. Richtig ist, dass man sich mit... Äh... Mit Equip ausstattet. Falsch ist es, wenn man nichts anzieht. Das ist richtig. Ja, da gibt es doch einen richtig und falsch. Aber ansonsten... Lasst uns einfach Spaß haben. Und lasst uns das Beste daraus machen. Seht euch offen. Tretet ein und besiegt die Wächter im Inneren. Auch wenn sie meine Brüder sind, werden sie euch dennoch nach dem Leben trachten. Oh. Da drinnen müssen wir was zerquetschen. Sehr gut. Brühe ich mich natürlich. Hier gibt es wieder Arbeit. Ah, die Arbeit für uns, die bricht der... Die bricht der hier nicht ab. Warte, die gibt ja immer Arbeit hier. Überall gibt es hier was Gegner. Hier ist er wieder... Ist ja ein ganzer Teich voller Gegner. Sehr gut, sehr gut. Oh, hier haben wir noch so ihn. Oh. Die wärt sich ja noch nicht mal. Doch, jetzt hat er... Das hat er mal kurz ein bisschen zugeschlagen. Erhebt euch, meine Brüder. Erhebt euch und kämpft. Ah, siehst du. Mit seiner letzten magischen Kraft hat er jetzt nochmal seine Brüder hier rufen. Ja, wollen wir die mal so ein bisschen verjuckeln? Oh, wollen wir die mal zerengen, wo der Frosch die Locken hat? Aha. Na, sag mal. Hat er hier gleich mal hier zugehauen, ma? Klingt ja nicht okay. Ja, das ist mit einer... Also das habe ich vorhin auch vergessen zu erwähnen. Ähm, die Aura, die wir hier benutzen. Ähm, Gebot der Tapferkeit. Das ist mitunter einer der Auren, die wir, ähm, zur Verfügung haben. Ja. Ich werde auch nochmal... Also ich werde... Ja, ich denke mal. Ich denke mal, wir werden dieses Projekt hier auf jeden Fall weitermachen. Ähm, ja. Ich muss kurz anhalten, weil wenn ich den jetzt hier anquatsche, dann labert der nämlich los hier und so. Und ich möchte noch kurz loswerden. Also ich denke mal, ich werde auf jeden Fall, ähm, komplett die Projekte hier durchmachen. Ich werde, ähm, den Kreuzritter spielen. Ich werde den Magier spielen. Ich werde den Hexendoktor spielen. Ich werde den Mönch spielen. Ja. Was ich auf jeden Fall nicht spielen werde, das ist der Barbar. Also der Barbar wird der einzigste sein, den ich da so auslasse. Weil, ähm, ja. Vielleicht lasse ich mich doch nochmal, äh, ein bisschen breitschlagen. So, ja. Also wenn genug Leute sagen, ach komm, jetzt hast du das schon gemacht und mach da den Barbaren noch oder so. Also würde ich, ja, in Anführungsstrichen, würde ich mit einem lieben Guck und mit lieben Worten, würde ich vielleicht auch nochmal den Barbaren spielen. Ja. Aber sehr ungern. Also Freude würde da jetzt nicht großartig aufkommen, aber euch zuliebe würde ich das machen. Ja, wenn ihr darauf Wert legt, ach komm, mach einfach den Barbaren nochmal, dann hast du die Liste voll. So, dann würde ich das machen, aber am liebsten würde ich den auslassen. Ja. Gut, Freunde, dann machen wir einfach mal weiter hier in der Story. Die Stärke kann sich mit der unserer stärksten Helden messen. Was denkt ihr nun, was ihr seid? Ihr betretet nun unser größtes Heiligtum. Oh, ein Heiligtum? Äh, muss ich mir die Füße abtreten, oder? Na, jetzt ist es zu spät hier. Ich weiß ja sowieso alles hier schon, mit Sumpf und alles. Der edle Held hat sich bis hierher durchgekämpft, nur um zu sterben. Ich bewundere eure Hartnäckigkeit. Und wen hast du da mitgebracht? Adrias Tochter? Ich spüre Macht in ihr. Aber das spielt keine Rolle. Deine Mutter wird schon bald dein Schicksal teil, meine Kleine. Das Bruchstück gehört mir. Tränk diesen Tempel mit ihrem Blut! Ähm, wer soll mit wessen Blut den Tempel trinken? Die sind doch schon alle tot hier. Du hast so lange gelabert. War das jetzt einsammelt? Ja, wer hat das jetzt einsammelt? Der Heldenstein wurde verändert. Unsere Kinder kommen schwach zur Welt und erreichen kein hohes Alter. Die Dämonen der Reser versprach, ihre Macht wiederherzustellen. Doch hat sie sie stattdessen in missgestaltete Geschöpfe verwandelt und sie gegen uns in den Krieg geschickt. Vielleicht sterben wir, aber nicht, bevor wir sie zurück in die brennenden Höllen geschickt haben. Ah, so hat sich das Ganze also verhalten. Ja, gut, dass er uns das nochmal erklärt hat. Denken wir, wir gehen jetzt einfach mal zurück. Ich habe mein saßes Leben lang gereist und habe gesehen, wie sich die Welt verändert hat. Ja, also die Gefahr bei dem Spiel ist, also, ähm, ich würde ja gerne alles so, ich würde gerne alles irgendwie so durchlaufen lassen hier. Gar nicht quatschen, dass ihr hier den ganzen Text so mitkriegen könnt, aber die Gefahr ist einfach zu groß, weil die quatschen ja ständig hier. Die sind ja genauso wie ich geprägt so, aber ich muss ja quatschen. Ich muss ja das Spiel so ein bisschen kommentieren. Ja, warum kann ich nicht alle Texte hier so durchlassen? Die muss ich dann einfach mal mit, mit meinem eigenen Gesabel ein bisschen übertönen hier. Ja, ich hoffe, ihr seht mir das Ganze nach, aber ist ja auch verständlich. So, was sagt der Fremde? Hier, das zweite Stück des Schwertes. Magda ist bereits auf der Suche nach dem dritten Stück. Ich erinnere mich an ein Leuchten, das auf ein Fischerdorf zuraste. Wertham ist das einzige Fischerdorf in der Nähe. Du hast recht, Lea. Das muss Wertham sein. Am Rande von Tristram findet sich eine Fähre, die dort anliegt. Gut, wir haben ja einen neuen Auftrag und ich denke mal, die Folge beenden wir denn hier. Vor Feuerskillen wir hier nochmal unseren Templar, den Kormik. Der hat nämlich noch eine dritte Fähigkeit und die sollten wir mal besprechen und ihnen auch mal eine dritte Fähigkeit zur Verfügung stellen. So, da haben wir zum Beispiel Ansturm. Abklingzeit 10 Sekunden, stürmt auf ein Ziel zu, bügt ihm 280% Waffenschaden zu und betäubt 3 Sekunden lang alle Gegner im Umkreis von 8 Metern. Finde ich nützlich, kommen wir aber gleich noch dazu. Die zweite Fähigkeit haben wir da, Offensiv. Genauso, Abklingzeit 10 Sekunden, bügt einem Gegner einen massiven Schlag zu, der 800% Waffenschaden verursacht. Ich persönlich, ich persönlich würde auf Offensive gehen. So, die 800% Waffenschaden sollten wir mitnehmen. Warum ich das andere nicht wähle, liegt ganz einfach daran, dass der denn selbstständig ist. Der stürmt selbstständig auf irgendwas zu und flitzt dort hinein. Das Betäuben ist natürlich eine tolle Sache. Aber Truppen, die vorher noch nicht auf uns aufmerksam gemacht wurden oder sind oder wie auch immer, uns noch gar nicht bemerkt haben, wird er dadurch auf unsere Fährten locken. Und das würde ich natürlich dann nicht so lustig finden. Es gibt ja ein, zwei Trüppchen, die können wir ja ruhig mal übergehen. Aber wenn Cormac da auf die drauf zustürmt, dann ist das natürlich nicht so optimal. So, darum wähle ich die Offensive. Wir nehmen Offensive. Doch, wir können uns von unseren Zuschauern verabschieden. Hast du recht, Lea? Dann bedanke ich mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und hinterlasst mir doch bitte einen Daumen nach oben, einen Daumen nach unten. Schreibt mir etwas in die Kommentare. Ja, und im besten Fall hinterlasst ihr mir gleich noch ein Abo. Ein schönes, leckeres Abo. In dieser düsteren Zeit. Bestärkt mich. Bestärkt mich und mein Projekt. Gut, Freunde. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge hoffentlich. Bis derweil. Zers!